Unter mir? Da. Schau, schau. Hier. Genau unter mir. Da. Hey, wo ist er? Hä, wo ist er? Er liegt da wie gesagt, Bruder. Die spielen alle Ghost. Yo, was geht ab, ihr Rams? Wieder neues Gameplay. Wie immer auf Ashika Island. Diesmal haben wir Solo gespielt. Und zwar Solo war ja draußen. Jetzt kann man wieder Solos spielen. Die tun ja mal wieder raus, rein, raus, rein. Also die Playlist dafür. Keine Ahnung warum. Fragt es mich nicht. Das Interessante an dem Video ist, wir haben diesmal unseren Sound-Settings komplett verändert. Da gibt es einen YouTuber, Art is War. Ich verlinke ihn einfach. Dann könnt ihr auch gerne bei ihm vorbeischauen. Da zeigt es mal mit ein paar Programmen, die man installiert, einfach besseren Sound hat in Warzone. Und es ist echt heftig, dass es auch funktioniert. Das ist unglaublich. Du hörst die Schritte, keine Ahnung, als würden die Stöckelschuhe anziehen. Also schaut euch einfach das Gameplay an und schreibt es euch in die Kommentare, ob ihr wirklich, was ihr denkt, ob man die Gegner besser hört oder wie das Sound jetzt diesmal für euch ist. Probiert es einfach selber auch aus auf eurem PC. Leider funktioniert es nur auf PC und nicht auf Konsolen. Und sagt mir einfach mal, ob es bei euch eine Verbesserung ist, also wenn ihr das macht. Lasst noch ein Like da und einen kostenlosen Abo. Vielen Dank für den Support dafür. Und schaut gerne auf Twitch vorbei. Wir streamen immer von 10 bis 15, 16 Uhr. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut, wenn ihr mitspielen wollt, wenn ihr quatschen wollt, wenn ihr lachen wollt. Wir spielen auch andere Games, aber schaut es gerne vorbei. Wir würden uns sehr, sehr freuen und viel Spaß beim Gameplay. Heute ist alles möglich, Freitag. Spielst du laut oder ist es okay so für euch? Alter. Also jeder, der auf PC spielt, kann ich euch was zeigen, wie man... Was? Train steuern? Musik? Oder was willst du steuern? Kann es immer noch. Einfach Spotify einloggen, kannst du alles laut und leise machen. Wo landen wir? Fuck me! Hier. Kannst du ja machen. Ich habe es ihm... Ja, oida, ich höre den Sound ganz anders jetzt. Durch neue Settings, die ich installiert habe. Oh mein Gott, yo. Oh mein Gott. Wenn... Ich schwöre... Hört ihr das auch anders? Oder höre ich es nur anders? Ihr hört es auch, ja? Jetzt habe ich eine Waffe. Geld, 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 Geld. Krass. Ihr hört es auch, oder? Hört ihr das? Ihr hört es auch, oder? Ergang. Schau mal. Hört ihr das, wenn ich laufe? Schau mal. Oder, Jeff? Schau mal. Schau mal, hörst du die Schütte, Train? Wie viel Geld brauchen wir? Ich brauche Geld. Wie viel Geld brauchen wir denn? Steckte ich ruhig, ey? Ja, ich habe ein Setting installiert, damit du die Schütte noch lauter hörst. Krass, new. Haram. Schau mal. Alter. Hört ihr die Stöckelschuhe? Aber die Schütte, dann hörst du die Gegner auch so. Oh mein. Da wird geschossen, schau. Hier wird geschossen. Brain, bei mir. Da. Warte. Unter mir? Da. Schau, schau. Hier. Genau unter mir. Da. Oh mein Gott, was ist das für Schritte? Alter, ein Spiel durchgespielt. Hier ist ein Gegner. Irgendwo hört man die. Hört. Oh mein Gott. Ich brauche Geld für Drohne. Der Feind nähert sich. Feind nähert sich. Da. Spiel gelöscht. Spiel gelöscht, hallo. Wunder, was ist das für ein Sound? Ach du Scheiße. Ich brauche nur ein bisschen Geld, dann können wir Drohne kaufen. 6. 6. Nein, das ist ein Gegner. Er sieht nicht. Habt ihr den gesehen? Da ist ein Bruder. Von wo schaut er mich an. Warte. Er ist nicht mehr hier. Wo ist er? Hä, wo ist er? Er liegt da wie seine Mutter. Bruder. Spiel löschen. Da ist jemand drinnen. Schau mal, Train, wie ich ihn höre. Er sitzt in der Ecke wie seine Mutter. Er ist hier. Bruder, was ist das? Oh, danke dir, Nioh. Kuss geht raus. Alter Train, wie ich die Gegner höre. Hier ist ein Gegner. Danke, Nioh. Wo ist denn der? Der muss hier irgendwo sein. Warte. Du hörst ja, wenn die gehen. Sobald die nicht gehen, hörst du sie natürlich wieder nicht. Wenn die in der Ecke sitzen und lutschen den ganzen Tag. Da langt jemand. Warte. Hier ist jemand. Aber er bewegt sich nicht. Boah, Alter, da sind die Schritte. Da sind Gegner. Da rechts ist Gegner. Oh mein Gott, ich bin tot. Ja klar, weil ich ihn nicht höre, weil er sich nicht bewegt. Hey, du bist so ein Hund, der so Junge. Da, da und natürlich höre ich ihn nicht, wenn er da sitzt. So lächerlich, Mann, wie die Leute spielen. Es ist so lächerlich, Train. Spielt er Solo, setzt er sich in der Ecke und wartet, bis jemand vorbeiläuft. Ich brauche Plates. Plates, Plates, Plates. Jetzt. Ah, schon mal, was wir hier haben. Jetzt gehe ich dahin, wo du warst, du Ficker. Denkst du, ich lasse dich da oben einfach. Da ist ein Gegner. What the fuck? Bro, kannst du mal sterben? Danke. Heizmaul. Wie viel Leben hast du eigentlich? Ich weiß, dass du da oben bist. Warte. Ah, der landet wieder. Wo ist er hin? Er ist über mir. Nope. Er ist über mir. Er ist gar über mir. Wo ist er denn da hin? Er ist oben auf dem Dach. Ich höre, ich höre es. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Er ist über mir. Ah, Bruder. Ich will nicht sterben. Er ist über mir. Er hat keinen Bock zu sterben. Oh, Bruder. Oh, Bruder. Wo ist der andere ist über mir irgendwo. Er ist immer noch da. Ich weiß, dass du da bist, aber ich weiß nicht, wo du bist. Er ist irgendwo links von mir. Er ist irgendwo da. Aber hör... Krass, gell, wie laut die Schritte sind. Naja, du hörst die Schritte auch, wenn die Gegner sich bewegen. Wenn er aber da lutscht... Wenn er da rumlutscht, dann hörst du ihn natürlich nicht. Wenn die Leute da rumsitzen. Wieso wie der Deutsche hier irgendwo? Wo ist er? Wollen wir werten? Er ist immer noch hier irgendwo. Ja, das sind Schritte. Warte. Ach, du bist da gleich wie vorhin. Wie lange bist du denn noch hier? Bruder, wie lange kann man denn an einer Position chillen? Sorry, aber wie lange kannst du denn hier sein? Das ist doch krass, oder? Er ist immer noch hier. Wird rumgeschossen. Ich brauche halt Drohne. Da, 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 da ist und da rumgeschossen. Wir pushen da rein. Heute habe ich es mit Lutschen. Ich sag ja... Hier. Oh mein Gott, ich finde, ich sterbe die. Wo ist denn da hin? Da läuft er durch, da. Löscht dich. Alter, wie krass die Schritte sind. Hört ihr die auch, oder bin ich kaum? Oh mein Gott. Okay, wir gehen auf Drohne, warte. Wo ist denn der Typ? Er landet in der Luft. Warte, komm, wir pushen den. Wer will alles so wie ich spielen? Wäre das so geil, aber nein. Alle warten. Schau dir an. Wie viel schluckst du, du und deine Mutter, den ganzen Tag lang? Mutter elf, Walter. Bruder, warum schluckt die? Ja, sorry, aber warum schluckt... Habt ihr das gesehen, wie ihr geschluckt habt? Ja, ich werde von rechts angeschaut. Warte mal. Mobilstation. Wieso? Ja, ich werde... Irgendwo von... Ah, der landet da, glaube ich. Ja. Oh mein Gott! Bro, warum liegst du so komisch? Also so sein Movement. Habt ihr das gerade gesehen? Alter, wie die Leute spielen, Train. Oh mein Gott, Alter. Kopfschmerzen. Gib mir Drohne. Jetzt hat... Wo ist die verfickte Konterdrohne? Ich hasse Konterdrohne. Jetzt ist weg. Jetzt kommt Drohne raus. Hinter mir ist jemand. Wo ist er? Nein! Okay, oh mein Gott! Zwölf Kills. Hier unten ist einer. Warte, der blazern wir auch weg. Ach, Bruder. Nein, da will mich einer mit Auto überfahren. Weil er ein Hund ist. Der ist auch tot. Hinter mir ist auch noch jemand. Der landet hier irgendwo. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Bruder, langweil mich nicht. Warte, er ist hier rein. Er ist hier rein. Ich werde 100% sterben, Train. Da ist er. Hat er mich gesehen? Weiß ich nicht. Das ist der Typ vom... Wo ist er? Er sitzt da. Er sitzt einfach. Er sitzt einfach in der Ecke und tut keine Ahnung, was er macht. Bro, was machen die Gegner? Was machen die? Geht dahin, legt sich dahin. Drohne. Rauch. Gegner. Hörst du den auch? Schau. Warte. Er spielt Ghost. Er ist unter mir. Er ist genau unter mir. Er ist da reingelaufen. Schau. Er ist hier reingelaufen. Dann falle ich gegen so einen Typen im Pfad, weil ich keinen Aim assist habe. Fuck, kein Aim assist. Bruder, ich verliere den Fight. Ich verliere diesen Fight gegen diesen Hundesohn. Boah, es ist so lächerlich. Oben ist einer gelandet. Ich verliere einfach den Fight. Ich verliere den Fight. Ich verliere den Fight. Ich verliere den Fight. Wie lächerlich ist das denn? Hat er meine Waffen? Oh mein Gott. Lösch dich, Junge. Du bist so schlecht. Du bist schlecht. Du bist schlecht. Du bist schlecht. Löschen. Einfach schlecht, Junge. Einfach schlecht bist du. Nein, nein. Ich muss ihn pushen. Ich muss ihn pushen. Sonst habe ich es verloren, den Kampf hat. Löschen. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Ich will Drohne kaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich Drohne kaufen kann. Drohne raus. Und lange, liebe Geh. Scheiße, Konterdrohne regt mich auf. Konterdrohne. Boah, die Schritte sind so brutal laut. Geh raus. Ich komm nicht raus. Wo ist die verfickte Konterdrohne? Da. Jetzt haben wir... Nein. Da ist jemand. Geht sie? Drohne raus. Die spielen alle Ghosts. Die spielen alle Ghosts. Ach, Bruder. Die spielen alle Ghosts. Was ist das für Leute, die in der Ecke sitzen und lutschen den ganzen Tag? Was ist das denn? Bro, wie die Leute spielen. Und wie deine Konterdrohne. Warum spielen die alle so? Ich geh hoch. Nein, der ist ein Gegner. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Der nächste der in der Ecke sitzt. Und Prisi. Ich will nicht sterben. Hallo. Ich bin tot. Von 500 Seiten. Das wird die alle irgendwo rum sitzen, alter. Warte, er pusht vor. Aber er wird sterben, jo. Wo ist denn der? Er kommt hier lang. Da. Du bist auch tot. Und rechts von mir. Rechts von mir ist ein Gegner. In dem Haus drinnen. Nein, 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 nein. Der ist auch tot. 20 Bombs, 20 Bombs, 20 Bombs, 20 Bombs, 20. Nach Land. Okay, wir haben... Nein, wir müssen auf die andere Seite rüber. Okay, wir haben genug. Wir gehen auf die andere Seite rüber. Sonst haben wir verloren. Rüber, 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 rüber. Wo sind die? Ich muss mich kratzen. Da sind die Minen. Ehrenlose Minen. Wo sind die? Wo sind die? Da, da. Löschen, Junge, löschen, löschen. 20, 20 Bombs. 20 Bombs! Ich sterbe. Nein, ich komme nicht hoch. Deswegen sterbe ich. Ich komme hoch. Ich komme nicht hoch. Ich bin tot. Bro, dieses Spiel. Dieses Spiel, hallo. Dieses Spiel ist so schmutz. Train, dieses Spiel ist so schmutz. Ich schwöre, dieses Spiel ist so schmutz. Schau mal, du kommst nicht hoch. Ich stelle, du kommst nicht hoch. Und denkst, du verlierst du. Hochgehen. Highground. Immer schöner. Wo ist der Typ? Da ist er. Schau mal an. Hier oben. Meine Waffe hat kein Muni mehr. Meine Waffe hat kein Muni mehr, 20 Bombs!